Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Agme Voucher mit unserem Alterle und natürlich mit all den Schultertieren, die wir mittlerweile schon gesammelt haben. Meine Lieben, bevor wir es wieder auf die lange Bank schieben, möchte ich heute nochmal mit euch rüber zu unserer Ölinsel. Wir nehmen einen Spino mit und wir nehmen den Brustus heute mit. Dann machen wir die Insel einmal sauber. Ich habe vorbereitet zwei Beete. Ich will da drüben eine kleine Defense mit diesen Pflanzen aufbauen und zwei neue Ölpumpen setzen. Wir wissen, sieben Stück können wir setzen, wenn die Recherche gestimmt hat. Drei stehen schon. Das heißt, heute werden wir die fünfte dann aufbauen. Haben wir noch Platz für zwei weitere. Ich nehme aber auf jeden Fall mal Folgendes noch mit. Ein bisschen Dünger für die Pflanzen. Die Sachen nehme ich alle mal mit. Die kleine bleibt hier und ich möchte hier, ich glaube, zwei Stück erst mal. Machen wir mal zwei Stück, dann haben wir ein bisschen Defense. Die Pumpen habe ich natürlich vorbereitet. Die Maschinerie läuft. Bitte sieht es so aus, als ob sie nicht läuft. Alle habe ich mal vergessen anzuschalten. Ich habe nämlich extra Material besorgt. So, Leute. Die zwei habe ich angemacht, die anderen nicht. Weil wir bauen uns heute nämlich die große Schmelze. Wir haben fast alle Materialien durchs Öl besorgen. Benzin läuft durch. Also uns geht es richtig gut. Das heißt, wir gehen jetzt rüber, machen die Geschichte und ich will dem Kano noch einen Sattel bauen. Wir haben nämlich ein Blueprint gefunden. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Hier, mit einer Rüstung von 42,6. Ich hoffe, ich habe genug Leder. Ja, wir haben ja ganz viel Leder gefarmt, die Tage. So, dann kriegt der Kano einen coolen Sattel. Der Spino hat schon einen Sattel. Den muss ich jetzt allerdings noch kurz ausräumen. Nicht, dass die noch Zeugs drin haben. Warte mal kurz. Und dann gehen wir rüber, machen die Insel klar. Hallo. Die sind auch alle schon wieder gelevelt hier. Durch das, wenn du Materialien besorgst und durchlaufen, das weiß ich, Schießpulver läuft durch. Alles Mögliche. Und dann leveln die natürlich hier parallel mit, wenn ich unterwegs bin. Der kriegt auf jeden Fall mal einen auf Gesundheit, weil wir werden gegen einen Juti kämpfen, wenn der noch da ist. Und einmal kriegst du ihn. Ich hole dir gleich deinen Sattel. Fleisch bleibt. Das gibst du mir mal rüber. Da träume ich alles mal weg. Dich hole ich gleich ab, mein Freund. Ach, das wird herrlich. Dann haben wir auf jeden Fall die Ölprobleme aus dem Kopf. Dir geht es gut. Ich würde dich ja mal mitnehmen, aber du erschrickst mich. Ich habe lieber den kleinen Süßen hier dabei. Habe ich die Pelzrüstung die ganze Zeit angehabt und dachte mir, oh nee, jetzt habe ich so viel riesiges Killed die Tage. Und bin immer noch am Schwitzen. Dabei renne ich mit der Pelzrüstung hier rum bei über 20 Grad. Hier ist der Sattel, Leute. Freue ich mich, dass wir den bauen können. Das Thema ist erledigt. Dann muss ich nochmal ganz kurz an meine Trophäenkiste. Hier, da war dieser Rondo geschichterisch. Und dann habe ich hier noch das Zeug. Ich könnte es eigentlich auch wegschmeißen, aber wenn man es schon hat, wieso sollte ich es weghauen? Guck mal, hier haue ich es einfach mal darüber. Und nebendran haben wir Rüstung. Das ist zwar alles ziemlich großer Mist, was ich hier sammle, aber das, was in den Schränken drin ist. Die da kann rüber, die kann rüber. Die Wüstensachen nehme ich mal mit, falls das Wetter umschlägt. Ansonsten kann natürlich sein, dass ich die Hälfte jetzt hier übersehen habe, aber das ist nicht so schlimm. So, Kano, ich bringe die schon mal in Stellung. Das machen wir nämlich heute in einer gewissen Gemütlichkeit. Und dann geht es rüber, Strom verlegen. Wir wollen ja die Spino Babys jetzt endlich mal. So, Kano, Sattel weg. Kano, Sattel hin. Ah, jetzt ist er gerüstet, der Gute. Du gehst mit, ich brauche euch heute. Das erste Mal, dass der Kano den Weg läuft zum Teleporter. Schön, aber es macht bis jetzt. Wird richtig cool. Ohne es ist noch saumäßig viel zu tun. Das ist noch ein Projekt. So, guck mal, wenn ich die hier hinstelle. Ich hole jetzt noch den Spino. Welchen nehmen wir mit? Den grünen, würde ich sagen. Mit den zwei sollten wir eigentlich da drüben leichtes Spiel haben. Mama Spino bleibt hier. Ja, sie bleibt hier. Sie bleibt hier. Bevor wir aufbrechen, könnten wir ja aber schon mal passen. Das haben wir jetzt, bevor wir es nie machen. Wenn ich jetzt, sage ich mal, dafür sorge, dass wir das Ei haben, dann bin ich motiviert, oder? Wir müssen auch noch einen Kühlschrank bauen hinten in dem Brutbereich, falls wir mal Eier auf Vorrat haben. Optionen, nee, nee, Optionen war es nicht. Verhalten, Paarung aktivieren. Verhalten, Paarung aktivieren. Und wir schauen mal. Das zuckt nämlich jetzt recht gut durch. Dann ist das schon mal erledigt. Den Dödi machen wir, wenn wir zurück sind, weil der legt keine Eier. Der legt keine Eier, der macht uns direkte Babes. Äh, verfällt in... Ja, nehme ich schon mal mit. Ich kann aber sie schon mal ins Stellung bringen. Ich hoffe, du bist auch sie. Nee, du bist das Männchen. Oh, ob ich mir wieder alles durcheinander bringe. Kommt Platz, weil die Allee entlang... Ja, organisieren wir schon mal alles. Weil Dödi, Baby, wollen wir wegen der Farbexplosion. Und Spino brauchen wir auf jeden Fall, weil wir gesagt haben, der, der rauskommt, wird unser Hauptspino werden. Und die brüte ich natürlich jetzt hier drüben gleich im neuen Bereich. Die sollen ihr Baby da kriegen, wo es hingehört. So, ihr könnt euch schon mal aneinander gewöhnen. Jetzt muss ich aber noch mal gucken, ob wir auch wirklich eine Perle haben. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Du bist das Mädchen und du bist der Bub. Alles klar, perfekt. So, meine Lieben. Jetzt schauen wir mal, jetzt schauen wir mal. Schöne Geschichte. Vor allem das Öl-Thema hat mich jetzt mal richtig gepackt. Und dann gehen wir die Tage in Redwood rüber, besorgen uns Honig. Auch da bin ich natürlich vorbereitet, habe recherchiert. Da weiß ich, was wir tun können. Da gehen wir rüber. Da setzen wir dann den Honig-Teleporter auf. Auch hier nochmal der Hinweis, weil ganz, ganz oft der Hinweis eben von euch kommt. Ich mache das absichtlich nicht mit dieser Remote Control. Ich brauche das so, wie ich es mache. Also ich weiß im Prinzip schon, dass ich mich so wohlfühle, wie ich es mache. Auch wenn andere Dinge vielleicht einfacher oder schneller gehen. So, Digga-Lot, bei dir ist ja soweit alles gut. Ihr paart euch. Wie lange braucht ihr das noch? 71. Dann schaue ich nochmal, ob ich alles habe. Halt, den habe ich jetzt schon gesehen. Gib ihn mir her. Geh nochmal kurz zu meinen Dung-Beatles. Da hätte ich auch gerne noch zwei, drei. Und die Schnecken. Ah ja, wir müssen so langsam aber sicher anfangen. Wie sieht es bei dir aus, Großer? Ja, das Öl hast du mir schon geklaut. Gib mir die Bollen. Ich verarbeite sie nicht für dich. Schön, dieses Nutzverhalten von manchen Viechern. Das ist echt cool. So, dann müssen wir jetzt gleich mal kurz den Timer abwarten. Dann wissen wir, wann ich zurück sein muss. Aber so lange braucht man normalerweise nicht, ne? Na, nicht so rumzittern beim Liebesspiel. Ah lala. Das habe ich rüberziehen. Ach du bist es, der mich anstupst. Spino. Oh, da ist ja das Ei schon. Und schön gewärmt hat es das gleich. Aber jetzt haben wir ein Problem. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Pass mal auf Verhalten. Paarung weg. Verhalten. Paarung deaktivieren. Der freut sich jetzt auf den Kampf. Ah, na am Liebesspiel musst du dich raustoben und austoben. Ich hoffe, dass ich das Ei hier drin einigermaßen helfe. Pass mal auf, wenn ich das jetzt hier rüber mache. Gesundheit 99, 100. Hier ist kein Spark Powder drin, ne? Hier ist kein Zupfer drin. Warte mal, ich habe noch Dings durchlaufen lassen. Ich kann es ja trotzdem schon mal reinmachen. Das bringt uns ja nicht wirklich was. Hup. Habe ich das alles durchgejagt schon? Dass wir mal so 10 Stück herstellen oder so. Ich war immer super fleißig. Läuft alles durch, ne? Ich habe gedacht, der braucht eine Weile, bis er das Ei spuckt. Ne, ne. Ist gleich da. Das sind die lebenden. Die lebenden Nachwuchsler. Die sind erstmal eine Weile trächtig. Die lebenden Nachwuchsler. Stopp. Wo rennst du denn hin, Alter? Machen wir hier der Spark Powder drüber. So. Auf jeden Fall ist er jetzt aktiv, ne? Und hier haben wir auch keine Gesundheit mehr verloren. Das Ei hebt uns jetzt ewig. Ist aus einem Elternpaar. 220, 236. Bin aufs Level gespannt. Also, meine Lieben. Ich glaube, wir können los. Ich glaube, wir können los. Ich packe mal den Spino noch kurz. Dann mache ich nochmal einen Check-up. Und dann geht's ab. Jetzt gucken wir auch mal gleich, wie das sich für den Spino anfühlt. Du kannst natürlich hier übers Wasser laufen. Ganz müde. So. Euch zwei, ne? Nehme ich mit. Pelz-Rüstung habe ich. Schulter-Tier habe ich auch. Wir gehen rüber. Machen die Insel sauber. Setzen zwei Ölpumpen. Habe ich die Ölpumpen dabei? Ja. Wir setzen zwei Beete auf. Mit den Pflanzen. Dünger dazu. Stein können wir uns drüben besorgen. Und zur Not habe ich einen Ankylosaurier noch dabei. Und da es da drüben etwas kalt ist, ziehe ich meine Pelz-Sachen wieder an. Und dann ist gut. Und dann haben wir schon mal eins erledigt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und einmal teleportieren zum Öl. Guck mal, das ist das Warnzeichen wieder da. Der Kano. Da freue ich mich jetzt aber drauf. So, meine Freunde. Hier haben wir fünf Grad. Ich überlege gerade. Ich nehme dich und dich auf mich. Du bist vom Verhalten her auf mein Ziel angreifen. Und mit dir falle ich. Oh, den hat er überhaupt nicht gesehen. Deswegen vielleicht Schutzplan. Naja, mach den sauber. Komm, wir laufen einmal außenrum, Kano. Spino ist im Level aufgestiegen. Den will ich ja auf 10.000 kriegen. Dann machen wir das jetzt mal. Unsere Ölpumpen. Aber da sind wir uns einig. Wenn ich hier wirklich Öl will, muss ich hier bleiben vor Ort. Vielleicht baue ich mir hier noch eine Kleinigkeit auf. Ne, scheinbar produziert die doch weiter. War das nicht mal so, dass das nicht ging? Wollen wir mal mit dem Kano kämpfen? Wollen wir mal mit dem Kano kämpfen? Wie besteht es denn? Komm her. Wir laufen mal mit dem. Ne, ich will mit meinem Spino. Ich will mit meinem Spino. So, auf geht's. Einmal außenrum. Der Juti war doch jeden Tag noch, oder? Ich hoffe, der ist natürlich noch da. Es sei denn. Ich hätte vielleicht gucken sollen, welches der Hülle hat. Wenn wir den jetzt sehen würden hier. Wie ist der da weg? So wie es aussieht, ist der gar nicht mehr da. Digga, dann machen wir wenigstens die Bäume so weg, weil dann kriege ich Harz. Ach, da drüben ist auch noch mal eine Insel. Was ist da drüben los? Da scheint die Hölle los zur Seite. Ich lehne es mal rüber. Ah, Wölfe gegen Mammels. Und was haben wir für Probleme? Ach, Schweine. Äh, der Ding ist weg, Leute. Der Juti. Haben wir leichtes Spiel, oder? So, komm mal mit. Digga, ich schaue trotzdem noch einmal außenrum. Ist ja ein Worgschwurm irgendwo. Sieht so aus, als wäre... Guck mal, hier hat es noch jede Menge Gestein, was wir abfahmen könnten. Da wäre noch ein schöner Platz für eine Pumpe. Ich würde allerdings versuchen wollen, die Naht zusammenzulegen. Hallo. Ja, ja. Ey, der Spino teilt schon mal super gut aus. Ich bin gespannt, was wir für Werte kriegen bei unserem Neuen. Der Kano hält mit. Das ist ein neuer Sattel, Digga. Der extra besorgt. Bereut. Die kleine Natur. Der tut der Jutis weg. Was ja okay ist. So. Jetzt pass mal auf. Vielleicht haben wir in der Nähe noch mal eine Ölstelle, wo ich abgreifen kann. Vielleicht habe ich die nur nicht gesehen. Hier werden wir auf jeden Fall ein Beet gleich aufbauen. Da bin ich schon bei meinen 10.000 Leben. Nee, aber beim nächsten Skillpunkt. So, kurzer Moment. Also hier bauen wir auf jeden Fall was auf. Zwischen den zwei. Teleporter ist kein Problem. Hier hätte ich ja gerne schon noch eine Ölpumpe gesetzt. Ich sehe allerdings im Moment... Da ist eine tatsächlich. Und da bauen wir... Ah ja, super. Dann passt doch das. Guck her. Dann haben wir die Pumpe bei der Pumpe. Laufen wir mal kurz zurück. Hier, dann haben wir die hier. Da kommt auf jeden Fall ein Dingsle hin. Das ist nix. Ich will die jetzt aber auch nicht unbedingt so weit auszetteln. Da wäre geil, wenn ich noch eine dritte hingekriegt hätte. Ich weiß aber nicht. Ich sehe jetzt im Moment hier keine Ölstelle. Dann müssen wir praktisch die nächste anfangen. Die sitzt dann hier. Ja, dann bauen wir doch mal hier hin. Dann sind wir aufgehoben, meine Lieben. So, Ölpumpen stehen. Dann lasst uns mal zumindest vorne schon die Dinger hinbauen. Geht ja alles recht zügig, ne? Spin-O-Eye haben wir gemacht. Das heißt, morgen werden wir Nachwuchs haben, denke ich mal. So. Wir pumpen Öl, weil wir es können. Und weil es uns Spaß macht. Ich brauche ja eine Foundation. Ich brauche ja zwei Foundations. Das habe ich komplett vergessen. Aus Stein am besten, oder? Holz, Stein und Stroh. Aber ich müsste mal die Kettensäge dabei haben. Ich habe sogar einen Anki dabei. Also das kriegen wir schon hin. So, meine zwei. Einmal Uge pfiffen. Wo ist der Kano? Hängt der irgendwo fest? Muss ich gleich gucken. Das sollte eigentlich schon mal das sein, was ich brauche für die zwei Foundations. Das geht voll schnell, gell? Mit der Säge. Foundations. Jo, ich habe weit mehr Holz, als ich brauche. Kann ich gleich ein bisschen rausschmeißen, sonst bin ich zu schwer. Nehmen wir mal so die Hälfte raus. Weil ich brauche auch noch Stein. Ey, wo ist mein Kano? Der hängt bestimmt da hinten irgendwo fest, der Ahne. Stein brauchen wir noch. Das ist nichts. Komm mal her. Ich gucke mal, wo der Kano ist. Machen wir es bei uns dieses Jahr. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, da hinten glutscht er. Diggele, ich bin hier. Gucke mal. Ja, ja. Ja, ja, ich versuche dich da rauszuprooomen. Warte mal eben. Ja, ja, ja. Kriegen wir auch gleich ein bisschen Öl mit. So, den mache ich da auch noch weg. Kurzer Moment. So, Kano müsste frei sein. Und ich müsste meine zwei Foundations basteln können, oder? Hey, mir fehlt noch Stein. Egal, mache ich noch ein bisschen weg. Ich kann ja Ölstein wegmachen. Na, aber ich werde ausbeuten. Sechs Stein, ein Öl. Zumindest ein bisschen was kommt noch rum. Das müsste eigentlich jetzt sein, ne? Foundation. Nee, 80 waren es. Ein Schlag noch. Aber ich habe es fast gehabt. So, meine Leiden. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt alles, was wir brauchen. Dann nehme ich ihn wieder mit vor. Kommst du mit? Ja, komm mit. Mal kurz aufsitzen. Wie viel Gewicht kann denn er eigentlich? Mehr als ich, ne? Das heißt, ich nehme dir mal die Matz hier rüber. Das Holz kannst du auch mitnehmen. Das können wir immer gebrauchen. Und zurück zu unseren ersten beiden Pumpen. Ich habe es schon verstanden. Ich habe es schon verstanden. So, Leute. Auf geht's. Gut. Natürlich braucht alles seine Zeit. Sogar so Kleinigkeiten. Das war, glaube ich, Pumpe 1. Kommst du da durch? Ja. Oh, Alter. Ist ja angeschossen. So, hier fangen wir an. Aber wir haben ja gerade gesehen, ne? Du kommst auf die Insel. Kano ist da. Und wenn dann die Schusspflanzen zwischen den Dingern springen, das wäre natürlich schon eine Geschichte. So. Der Papa baut das jetzt kurz hier. Wartet. So mittig wie möglich. Ich drücke mal K. Dann sehe ich es schöner. Ein bisschen weiter vor vielleicht. Weil es ja die Fans sein soll. Und ein ganz kleines bisschen so eingerückt. So bauen wir es hin. Teil 1. Jetzt pass auf. Damit es dann nachher sauber ist, machen wir hier das Teil hin. Und jetzt brauche ich wahrscheinlich... Von den Dingern habe ich noch nicht alle. Aber ich habe ja Stein gefarmt. Ich habe die hier. Lass mich mal die da drauflegen kurz. Und ich brauche eine gerade, dass das sauber wird, glaube ich. Das wäre bei Pipes... Mal kurz gucken. Die sind ja nicht so teuer. Die hier waren das, gell? Fünf Steinen kostet so eine. Zwei Steine. Das ist wieder typisch. Das ist wieder typisch, wenn man wieder nichts haut. Ich hätte Steinen mitnehmen sollen. Tut mir leid. Ich muss besser die Gefahren werden. Irgendwo. Nehmen wir den. Ja, das muss schon so einigermaßen sauber sein. Aber mich freut es, dass wir tatsächlich jetzt Öl in den Pumpen drin haben. Obwohl ich eigentlich dachte, du drohst zu verdursten. Wäre bedauerlich, Digga, jetzt hier im Wasser, ne? Zu verdursten. Und Essen habe ich da eigentlich auch nicht. So, jetzt nochmal... Gehen wir hier jetzt rein. Drücken P wie Pipe. Oder P-I. Die da will ich mal ganz kurz... Wobei ich wahrscheinlich eine Kerzen gerade davor setzen könnte, oder? Ich hole da wieder ab, die da kam. So ist er ungefähr halb hoch. So, und dann müsste man die hier... Ja, das sind die Schrägen. Die wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte die geraden. Pipe. Die da... Die müssten auch reichen jetzt, die ich jetzt mache gerade. Oh, habe ich das schief gesetzt? Ist eigentlich wurscht. Das Design... Ist eigentlich wurscht. Das kann von mir aus schon so bleiben. So, jetzt gucken wir schon mal, ob der Dinger passt oder ob ich dann noch weiter rein muss. Ne, passt schon. Und schon haben wir Wasser hier. Sitzt halt der Hahn jetzt ein bisschen schief. Aber ist doch egal. Hauptsache, das ist irgendwie da. So. Wasser kann reinlaufen. Mach mal kurz Stopp, Digga. Du erschrickst mich immer. Wasser läuft rein. Das heißt, ich haue jetzt hier eins, zwei Dünger rein. Und eine von denen. Dann haben wir die Geschichte. Okay, das passt. Dann mache ich das auf unsichtbar. Einfach ein bisschen absichern. Außerdem habe ich richtig Bock drauf gehabt, das zu machen. So, wer weiß, ob man nicht hier irgendwann auch noch eine kleine Ölhütte hinsetzt. Weißt du, wo alles hat, was er braucht, wenn er mal drüben hier ein bisschen rumlauft. Vielleicht ist das auch die Ausgangsbasis für unser Schneegebiet-Tour. Also, Connection-Pipe, Connection-Show-Hide. Heide, Heide. Alter, die jetzt aber lassen können hier, ne? So, damit es ein bisschen sich erklärt. Also, meine Lieben, zwei Ölpunkten bewacht. Geh mal rüber. So, beziehungsweise stopp. Ich hole kurz das Öl schon mal raus. Ich finde es total niedlich, halt hier mit diesen kleinen Defense-Tourants. So, 67 Öl mal kurz abgestaubt. Für das ist es mal ein paar Minuten hier rüben rumhopfen. Herrliche Geschichte. Das läuft. Und eine schöne Aussicht hat man hier auch, gell? Auf das schöne Gebiet. So, rüber zu den anderen zwei. Jetzt machen wir das selbe Spiel. Zwischen die zwei Punkten. Ein bisschen vorgucken. Wird wahrscheinlich nie wieder einer spawnen, aber es ist ja durch. Hier würde ich sagen, machen wir es. Ja, hier ist cool. Dann machen wir hier das selbe Spiel wie der Beet oben drauf. Zack. Dann machen wir das selbe Spiel hier wieder mit der Graden. Die könnte man ja versuchen, hier ins Eck zu setzen. Sehr schön. Dann brauchen wir die Kerzengraden wieder. Die da, ne? Ich würde sagen, dass das schon reicht. Hauen wir den Wasserhahn schon mal oben drauf. Und die Geraden. Eins. Wieso hast du keine nachgefasst? Zwei. Drei. Vier. Im Höchsten brauche ich noch eine. Es sei denn, die snappt hier schon. Juck, tut sie. Wasser läuft. Machen wir das Ganze noch unsichtbar. Zack. Und die machen wir sichtbar. Ach so rum. Hast du es einfacher? Guck dir das an. So, den Samen noch rein und den Dünger. Fupp, fupp. Da fahre ich demnächst mal rüber. Wenn ich Öl hole, hau ein bisschen Dünger dazu. Und dann ist das Thema hier erledigt. Ich hole noch kurz aus diesen zwei Pumpen das Öl raus. Die hintere, die darf erst noch ein bisschen volllaufen. Schwapp. Und. Schwapp. Und dann fahren wir heim. Und dann geht es weiter im Takt. Herrlich. Guck mal. Haben wir mal geschwind 241 Öl. Da weiß ich nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, das rauszufahren. Guck mal. Mach einfach so drauf mit Dings. Das ist ja cool. Und direkt mal neuen Öl immer. Schöne Geschichte. So, Spino. Komm her. Wir gehen heim. Ich glaube, das machen wir. Dass wir uns hier so eine Art Ausgangsbasis oben drauf zwirbeln. vor unserem Winterstream. Wenn wir hier das Gebiet entdecken wollen. Zu Fuß. Das Schneegebiet. Das wir von hier aus starten. Dann kommt der Teleporter da oben rein mit einer kleinen Hütte oder so. Schauen wir mal. So, jetzt. Was habe ich noch alles vorgehabt? Ich muss gleich mal auf meinen Plan gucken. Ich habe nämlich tatsächlich eine Mitschrift. Damit ich nicht immer alles durcheinander bringe. So, einmal Central bitte. Top. Also auf jeden Fall den Kanu-Sattel habe ich gebaut. Ich gucke gerade mal drüber. Da habe ich es nämlich aufgeschrieben. Der Spino und der Kano haben die Insel sauber gemacht. Wir haben die zweite Ölpumpe. Zwei Bäder aufgesetzt. Passt. Spino-Ei haben wir. Dödi-Baby. Schmelze aufsetzen. Und Elektrik. Elektrik wollte ich machen. So, pass mal auf, Kanulle. Ich hätte die Idee, dass du... Warte mal, bleib du mal da, Spino. Dass du hier so eine Art Hebamme bist. Du bleibst jetzt hier. Du bist jetzt die Hebamme Brustus. Das ist eigentlich vom Namen her der richtige Job, oder? Jetzt lass mich mal kurz gucken. Jetzt werden wir wahrscheinlich ein Problemchen kriegen hier mit meiner Superbauweise. Wenn ich da Strom reinbringen will. Wenn ich da Strom reinbringen will. Warte mal, geschwind. Und müssen wir... Wir haben aber die Kanten. Doch, ich kriege da schon Strom hin. Wir müssen halt hier rüber. Das heißt, ich brauche mal mindestens eins, zwei... Ah, wir brauchen jede Menge Zeug jetzt gleich. Das heißt... Es ist einfach Wissens, Leute. Wir brauchen jetzt Mats. Die Schmiede setze ich auf jeden Fall. Die Industrial Forge. Die will ich sehen, wie die sich macht. So. Ihr habt eure Arbeit schon getan. Die Dödis müssen noch Babys machen. Ja, alles klar. Ich weiß wieder ungefähr. Wir brauchen Elektrizitätszeugs. Hast du noch zufällig Elektrozeugs drin, lieber? Nee, mit dich muss ich auch mal ausräumen, die Tage. Jetzt lass mich mal reingucken. Die Forge können wir jetzt normalerweise herstellen. Komm, wir gucken mal. Die war hier drin. Eine. Ja, aber... Boys heißt schon Babe, wollte ich sagen. Wir haben es geschafft. Die erste Forge-Rent. So. Die setzen wir aber dann zum Schluss. Was jetzt wichtig wäre, wäre elektrisch... Die Batterie, das weiß ich gar nicht. Da baue ich mir mal auf jeden Fall eine. Drei Elektronik fehlen. Dann lass mich gleich mal Verbundsmaterial herstellen. Vielleicht so zehn Stück. Das läuft. Und ich brauche... Triangle Foundations and Ceilings. Da brauche ich mindestens zehn. Und ich brauche... Wiring of Square Foundations mindestens zehn. Da muss ich nochmal kurz machen. Hier. Zwei. Vier. Fünf. Ja, da warte ich kurz, bis das fertig gelaufen ist. Dann gehen wir rüber mit dem Zeug. So. Die Steckdose muss ich nochmal machen. Die sollte dann jetzt aber auch möglich sein. Eine. Eisteckdose. Muss ich kurz machen. Ich bin schon wieder zu schnell. Wir haben auch noch irgendwo Elektrozeugs. Ich weiß noch nicht mehr wo. Gleich haben wir es. Machen wir heute ein bisschen länger. So, wie viel habe ich denn jetzt? Ich will jetzt die eine Steckdose hier bauen. Soweit klar. Ich brauche noch fünf von denen hier. Und dann bauen wir die erstmal an. Und dann kann ich ja abzählen, wie viele noch da sind. Nicht alle. So hast du das viel zu viel gemacht jetzt. Sieben. Acht. Neun. Warte, lass mich mal zwölf machen. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr. Zehn. Elf. Die zwölfte rennt durch. Und dann brauche ich noch vier von denen hier. Alter, ja klar. Ich habe alle Matze hier drüber gezogen. Deswegen ist das so. Das mit dem Öl finde ich eine absolut coole Geschichte. Demnächst probiere man dann natürlich, wenn wir vom Redwood zurück sind, auch aus, wie das drüben ist bei diesen Termitenhügeln. Die Steckdose nimmst du mit. Die Schmiede setze ich zum Schluss. Komm, wir fliegen kurz mit Magi rüber. Ist hier schon wieder warm? Dann zieht doch die Rüstung aus, Digga. So baut er doch eh am liebsten unser Woodknubbel, oder? Mit nix an. Außer dem Federkleid des Agis. So, pass auf. Wir hatten ja auch schon angefangen. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr genau. Will ja den Kerzen geradesten Weg. Das heißt, ich müsste eigentlich hier rüber. Dann wäre ich ziemlich schnell da. Oder ich baue mir hier Foundations unten drunter rüber. Ne, ich gehe den langen Weg. Ich weiß nicht. Ich will nicht alles mit Foundations da unten verballern. Pass auf. Das sind die Triangle. Das sind die. Wenn ich jetzt hier... Habe ich da schon eins gesetzt? Ah ja, da habe ich schon eins gesetzt. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wenn ich die Square hier dran ballere. Guck mal, durch das, dass sie sich schräg überlappt, geht es trotzdem. Da spare ich natürlich einen Haufen Mats. Jetzt bin ich gespannt, ob... Ah ja, das geht. Wir werden zwar noch mehr brauchen. Guck mal, jetzt habe ich den Strom schon hier. Einer kann ich aber doch jetzt hier mit einer Triangle darüber. Und hier wieder eine Square. Square. Tree. Jetzt müsste ich hier schon Strom haben. Ja, das hat geklappt. Jetzt ist nur das Problem, dass wir... Square, Triangle, Square. Ich muss kurz gucken, ob ich das sehe. Ob er das macht. Ne, das funzt nicht. Ich müsste die da drauf bringen. Seht ihr das? Geht nicht. Dann habe ich noch die Möglichkeit, dass ich oben drüber gehe. Weißt du, ich habe jetzt unten die und die kriege ich offensichtlich da nicht hingesetzt, wie ich es gerne hätte. Square. Ich glaube, er macht es. Ich glaube, er macht es. Ja, er hat es gemacht. Obwohl ich nicht gesehen habe, was ich tue. Ich bin jetzt hier mit dem Strom. Und wenn ich hier nochmal eine Square hinkriege... Jetzt bin ich hier mit dem Strom. Und jetzt haue ich die Steckdose hier hin und dann haben wir es doch schon, oder? Ohne Energie. Ne, die muss ja auf das Ding drauf. Entschuldigung, aufheben, Outlet. Die muss hier auf die Square drauf, dann passt. Ich sehe sie nur nicht. Oder ich baue mir noch eine. Hier kann ich sie hinmachen. Alles klar. Betriebsbereit, betriebsbereit, betriebsbereit. Damn. Sehr geile Geschichte. Ey, das hat schneller geklappt als gedacht. Und es war billiger als gedacht. Ich brauche insgesamt noch eins, also zwei, vier, sechs Fenster. Oh, und die Ding können wir auch mitnehmen. Die Strommatte. Und da legen wir das Ei drauf. Komm, das probieren wir jetzt. Ihr zwei solltet aber schon mal anfangen, schwanger zu werden. Das war nämlich auch einer der Deals. Pass mal auf, du und du. Und dann gehen wir kurz hinten rein. Der kann nicht mehr laufen, den habe ich überladen. Scheiße. Geben wir mal die rüber. Beziehungsweise machen wir einmal auf Gewicht. Problem ist, dass ich auch zu schwer bin, Digga. Aber ich kann ja mal ein paar darüber lagern. Weil ihr seid ja Baustellentiere, einmal festgelegt. Das war der Deal. Der kann laufen und der kann laufen. Alles klar. Bom, bom. So, kommt mit ihr zwei. Ich kriege ein Spinno Baby. Mich haut sowas von oben. Ja, ja. Kommt beide mit. Hier vorne wird gepoppt. Und da hinten wird es dann entsprechend. Hier ist es für die Eier. Und hier vorne ist Popstation. Und da draußen ist dann der Bereich für die Jungtiere. So haben wir uns das vorgestellt. Ja, ich würde sagen, so ist okay. Gleich mal eingekackt hier. Jawohl. Da wissen wir auch, dass wir daheim sind. So. Und U gedrückt. Und weil ja meine Tierchen hier ihre Freiheit, die brauchen ja nicht besattelt sein beim Sex. Alles klar. Komm, wir machen Dödi Baby. Verhalten. Paarung aktivieren. Verhalten. Paarung aktivieren. So, mein Freund. Die wird ja jetzt erstmal eine Weile trächtig sein. Also das flutscht ja jetzt gleich raus. In der Zeit, meine Lieben. Hole ich das Spinno Ei. Habe ich sonst noch was im Plan gehabt? Ah ja. Und die Dings hole ich kurz. Die Schmelze. Das, was wir mal oben draufsetzen. Das ich sehe mit dem Auge. Weißt du? Wie ich es haben will insgesamt. Ja, ihr kriegt bald ein Baby. So, wir guckt haben. Grüß unser Kind. Ist es schon da? Hast du schon was gemacht mit unserem Ei? Lass mich mal wissen. So, halt. Das war es nicht, das hier. Spinno Ei. Servus. Mahlzeit. Grüßt euch. Und die 50 Kilo Schmelze. Gehen wir mal ganz kurz in die Gärten. In den Schrank. Weil. Alter, wir brauchen Pupsi, ne? Wegen Unterstützung beim Leveln. Haben wir schon ein paar Gesehen. Da holen wir uns vielleicht ein paar Tage mal, ne? Pass auf, ich will das kurz in die Gartenkiste reinpacken. Das kannst du auch mal rüber, falls du mal schnell was brauchst. Und das würde ich noch in die Rüssi-Kiste reinpacken, auch wenn es Hotz ist. So. Eihammer. Forgehammer. Agihammer. Und Tschüss. Setzen jetzt die Schmiede dahin, wo ich sie gedacht habe. Und dann schauen wir uns das mal an. Und weißt du, was wir wahrscheinlich machen werden? Damit ich nicht immer hin und her laufen muss, werde ich die Tage grob die Einteilung hier festlegen. Also wir machen hier noch den Wasserbereich fertig und drüben. Werden wir wahrscheinlich offscreen machen. Und dann fangen wir an, unsere Werkzeuggeschichten hier reinzubringen, ne? Untere Ebene kommen die ganzen Werk-Tools hin. Obere Ebene, auf der Höhe, kommen dann die Schmelzen hin und die Lager die ersten. Dann haben wir nämlich, sind wir umgezogen. Und in der Strohhütte lassen wir uns was einfallen. So, ich droppe jetzt das Ei hier hin und in der Hoffnung natürlich, dass wir hier warm genug haben fürs Ei. Also Brutdauer ist klar. Gesundheit verliert es keine. Demnach haben wir 25 Minuten unser Baby. Ja, freue ich mich. Das war das eindeutige Geräusch für Ich bin soweit, ne? Also, dann kriegen wir das irgendwie hin. Wir haben ein bisschen was bereit. Ich stimme noch vor. Geht mal davon aus, dass wir morgen sehen werden, wie dieses Baby zur Welt kommt und dieses. Futtertrüge müssen hier noch hin. Draußen müssen wir irgendwann natürlich einen schönen Zaun machen, dass die Jungtiere da draußen nicht abflutschen. Schöne Folge, meine Lieben. Ganz, ganz viele Sachen vorbereitet. Ich freue mich sehr drauf. Gehen wir mal ganz kurz die Schmiede noch aufsetzen, da die Schmelze. Und zwar ist es zwar hier mit überdacht, aber die Schmelze war eigentlich dafür gedacht, dass die da drinnen sitzt. Vielleicht kommen wir dann später irgendwann hier hoch. Ja, die soll genau hier drauf. Ich bin mal gespannt. Das ist nämlich ein riesen Lappen immer. Warte mal, ich muss mir das kurz da vorne wegklauen. Lieber Agi, die Idee ist, dass du hier landest. Genau. Und ich nach links absitze. Kurz meine Waffe raus, wenn ich sie dabei habe. Ich bin gespannt, weil die ist nämlich super groß. Und das müsste eigentlich richtig toll aussehen. Ich mache das mal weg und das mal weg. Das kommt dann später natürlich irgendwann wieder hin. So, Waffe wegräumt. Waffe wegräumt. Und dann bauen wir mal da hinten das kurz hin. Und einen kleinen Steg zum Bauen für mich. Die kommen wieder weg, die zwei. Ich habe da irgendwas falsch rum. Die Waffe sitzt nämlich normalerweise hier, glaube ich. So, und jetzt kann ich es anheben. Ich stelle mich einigermaßen gerade. Zwei Schmelzen will ich von der Sorte. Eine haben wir jetzt. So, und die braucht zweieinhalb Platz, habe ich mal irgendwo gelesen. So wäre sie ziemlich mittig. Vorne hat sie eine frei, da hat sie ein bisschen frei. Dann müsste ich sie normalerweise noch zu mir nehmen ein bisschen. Und ganz leicht hier rüber. Kann sein, dass ich die nochmal einen Millimeter verrutschen muss. Die ist da ein bisschen... Ja, so habe ich es mir vorgestellt. So habe ich es mir vorgestellt. Weil die halt so... Vielleicht mache ich sogar drei Stück hin jetzt, wo ich es nochmal sehe. Hier eine hin, da drüben eine hin. Ich weiß, dass es dann von den Laufwegen ein bisschen unsinnig erscheint. Aber ich will es ja auf Design auslegen. Ich habe ja kein Problem, wenn ich zwei Minuten mehr Zeit investiere. Dann haben wir hier die zwei Schmelzen. Die werden natürlich für Licht sorgen. Dann muss ein Weg hoch gehen. Und über diesem Teleporter wird dann ein Weg ganz hoch auf die Turmspitze irgendwann passend kommen. Und die Schmelzen, die sind ja im Außenbereich. Die werden wir mit Säulen. Ja, also das wird ein offener Säulenbereich mit einem Strohdach. Und links von der Schmelze, drüben dann genauso, wo die Küche unter der zweiten Schmelze ist. Da kommt dann auch nochmal so ein kleiner Chillbereich hin. Absolut göttlich. Riesending, absolut toll sehen die aus. Ich mag das Design. So. Und hier haben wir natürlich dann unsere Zuchtstube. Also meine Lieben, geht mal davon aus, morgen ist wieder Babytime. 22 Minuten hier. Und 29 Minuten hier. Wir werden wahrscheinlich oben die Säulen schon mal angucken, wie das aussieht mit dem Strohdach. Wir werden in der Zeit auch den Futterdruck hier hinterher schleifen. Und wahrscheinlich habe ich auch schon grob eine Einteilung, wie wir das mit den Werkstätten hier machen. Weil das wird hier seitlich am Rand schön aufgebaut. Und dann kann es sein, dass wir den Umzug starten, dass wir dann in Zukunft hier am Wäkeln sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank.